Zuerst legen wir jetzt erst einmal die mitgelieferte CD in das CD-ROM-Laufwerk unseres Computers ein. Danach klicken wir es an. Wenn dann der Browser nicht automatisch aufgeht, dann müsst ihr hier Installation anklicken. Und ihr seht ja, jetzt hat sich hier der Browser geöffnet und ich habe hier eine Sprachauswahl. Ich kann hier wählen Deutsch, Englisch oder Französisch. In dem Fall wähle ich Deutsch. Dann gehen wir auf Weiter zur CD und hier habe ich jetzt die Auswahl zwischen Außenkamera und Innenkamera. In meinem Fall ist es eine Innenkamera. Und jetzt fragt er mich nach dem Modellnamen. Da wähle ich hier Insta 6012 HD in der PoE-Version. Als nächstes fragt er mich, wie ich die Kamera an Strom anschließen möchte. Ich wähle jetzt hier Strom. Es handelt sich aber wie gesagt um eine PoE-Kamera. Aber jetzt für diesen Test ist Strom hier praktischer. PoE geht aber auch. Dann sagt er mir hier, welche Teile ich brauche. Das ist alles im Lieferumfang enthalten. Und dann sagt er mir nochmal hier genau, wie die Kamera aufgebaut ist. Dann sagt er mir, was ich jetzt eigentlich machen soll. Ich soll die Kamera an den Router anschließen. Das habe ich auch schon gemacht. Kamera an den Strom anschließen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen wichtigen Punkt. Jetzt stellt er mir hier die Auswahl. Was habe ich denn für ein Betriebssystem? Windows, Mac oder Linux? Und ich habe jetzt in dem Fall Windows. Das klicke ich jetzt an und dann lässt er mich hier ein Installationsfile runterladen. Das Tool habe ich auch schon abgespeichert und installiert. Und jetzt zeige ich euch eben das Tool. Das Tool heißt Insta Camera Tool. Das öffne ich jetzt und hier seht ihr das Tool. Hier unten habt ihr bei Network Interfaces, da sollte die IP eures Computers stehen. Und dann klickt ihr einfach auf Search und dann durchsucht ihr das Netzwerk nach Geräten. Ich sehe jetzt hier zwei Geräte. Das erste ist eine Foscam, die ich im Garten installiert habe. Und als zweites habe ich hier ein Gerät mit dem Namen KG24. Und das ist neu. Ich weiß jetzt also, das ist eben die Insta 6012. Und hier sehe ich die IP 192.168.1.219. Diese IP solltet ihr euch merken, denn das ist die IP, die wir jetzt benötigen, um uns über den Browser in das Webinterface der Kamera einzuloggen. Die IP, die wir jetzt eben herausgefunden haben, gebe ich jetzt hier oben in die Browserzeile ein. Und dann kommt ein Login. Der Standard-Login ist Admin und das Passwort ist Insta. Das ändern wir später auch noch, weil wie gesagt, das ist eben der Standard-Login. Den kann theoretisch dann, den kennt eben theoretisch jeder. Jetzt logge ich mich ein. Und dann kommt hier als erstes mal eine Info, dass ein Quicktime-Plugin nicht geladen worden ist. Das ist jetzt auch erst mal egal. Denn als erstes gucke ich jetzt mal mir die Firmware der Kamera an. Und das sehe ich hier bei Software und der Update. Da sehe ich hier die Firmware und die Modellversion. In meinem Fall ist es so, ich habe schon nachgeguckt, gibt es eine neue Firmware. Das solltet ihr mal als erstes tun. Und in meinem Fall ist es so, es gibt eine neue Firmware. Das heißt, was ich zuerst machen werde, ist die neue Firmware einspielen. Dazu gehe ich dann auf die Insta-Seite hier. Das ist insta.de. Gehe da auf Downloads. Dann fragt er mich wieder Außenkamera, Innenkamera. In dem Fall habe ich eine Innenkamera. Dann gehe ich hier auf wieder 6012 HD POE. Dann bin ich hier auf der Info-Seite. Da kann ich halt die CD runterladen. Ich kann die Anleitung runterladen. Und diese ganzen Tools, eben alles, was auf der CD ist. Das ist aber hier eher uninteressant, denn ich interessiere mich für die Firmware. Die habe ich hier. Und diese Firmware lade ich jetzt hier erstmal herunter. Dann extrahiere ich die. Und es ist da auch eine Anleitung bei. Die kann man eben hier anklicken. Da steht dann eben auch nochmal Infos zur Anleitung detailliert. Wie gesagt, das Update, das machen wir jetzt. Das ZIP-File mit dem Update habe ich jetzt hier ausgepackt. Und da seht ihr ein File-Update, PKG. Und wichtig, bitte lesen. Da werfe ich jetzt mal einen Blick rein, auch wenn ich schon weiß, was da ungefähr drin steht. Hier steht natürlich drin, wenn ihr ein Update durchführt, unterbrecht niemals die Stromzufuhr. Das sollte eigentlich logisch sein. Das Update kann auch etwas länger dauern. Und hier sind eben nochmal detaillierte Informationen drin. Wie geht das genau? Und das zeige ich euch aber jetzt. Außerdem gibt es hier noch ein Update-Log. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Update einzuspielen. Einmal über die Software, über dieses Camera-Tool. Hier oben gibt es nämlich verschiedene Reiter. Wenn ihr da auf Update geht und eure Kamera anklickt, dann fragt ihr euch hier nach dem Passwort und dem Login. Wenn ich das eingebe, kann ich hier rechts auswählen, was will ich machen. Firmware oder Web-UI updaten. Dann kann ich hier die Firma auswählen und das so machen. Allerdings geht das Ganze auch über die Kamera. Und das werde ich jetzt so machen. Und das zeige ich euch jetzt. Ich habe jetzt hier wieder das Kamera-Interface. Und hier gibt es eben bei Software den Menüpunkt Update. Den klicke ich jetzt an. Und jetzt fragt er mich, okay, hier welche Version. Das zeigt er mir eben an. Und ich kann jetzt auswählen, welche Datei ich als Update einspielen möchte. Die Datei wähle ich jetzt eben aus. Dann klicke ich hier auf Öffnen und auf Bestätigen. Dann sagt er mir natürlich, ob ich hier wirklich ein Kamera-Update durchführen will. Ich sage hier okay. Und jetzt führt er eben das Update durch. Währenddessen, wie gesagt, dürft ihr den Strom nicht entfernen. Und er zeigt hier eben den Status an. Und wenn er das beendet hat, dann ändert sich hier eben die Anzeige. Und das seht ihr jetzt gleich. Wir sehen jetzt, dass das Update abgeschlossen ist. Und hier haben wir einen Link. Der führt uns zurück eben zur Kamera selbst. Jetzt ist hier das neueste Update eingespielt. Ich habe mich jetzt wieder in die Kamera eingeloggt. Und ihr seht hier direkt den Hinweis, dass das Active-Steuer-Element der Kamera nicht aktiv ist. Das heißt, er fordert uns jetzt auf, wir sollen hier das Active-X-Steuer-Element herunterladen und aktivieren. Das heißt, ich kann das jetzt hier anklicken. Allerdings geht das nur, wenn ihr den Internet Explorer benutzt und auch Windows habt. Also Internet Explorer läuft nativ nur auf Windows. Jetzt ist es aber so, das könnt ihr ja machen. Klar, wenn ihr einen Internet Explorer habt, kein Problem. Klickt ihr das an, installiert das. Wenn ihr jetzt aber Chrome oder Firefox benutzen wollt oder eben Linux habt, wo es erst gar keinen Internet Explorer gibt, dann habt ihr noch eine andere Möglichkeit. Und zwar, hier oben seht ihr, es ist H.264 aktiv. Hier gibt es aber noch MJPEG. Und wenn ich MJPEG anklicke, dann funktioniert das Video eben auch hier in Chrome, ohne dass ich irgendwelche Zusatz-Plugins installieren muss. Das finde ich persönlich sehr gut. Das haben meine anderen Insta-Modelle auch. Und das ist eben, wie gesagt, sehr praktisch, weil wenn ihr zum Beispiel unter Linux auf die Kamera zugreifen wollt, dann gibt es da keinen Internet Explorer und auch keinen Active-X. So könnt ihr eben auch in Chrome, Vivaldi, Opera oder anderen Browsern auf den Videostream zugreifen. Als nächstes schauen wir uns jetzt hier links die Menüpunkte an und ich werde zu den einzelnen Punkten auch noch was sagen. Als erstes haben wir hier Live-Video. Wenn ich diesen Punkt anklicke, schalte einfach den Videostream aus. Ich mache ihn jetzt wieder an. Als nächstes haben wir hier Software. Da gibt es Language als erstes. Und das ist die Sprachauswahl. Da gibt es eben Deutsch, Englisch und das letzte ist vermutlich Chinesisch. Ihr müsst immer alles bestätigen, wenn ihr das speichern wollt. Ich mache das jetzt hier nicht. Ich mache es mit dem X zu. Dann verwirft ihr eben die Einstellung. Als nächstes haben wir Neustart und Reset. Da könnt ihr eben hingehen und sagen, jetzt die Kamera neu starten oder automatisch neu starten zu einem speziellen Zeitpunkt. Täglich. Oder ihr könnt die Kamera auf Werkseinstellung zurücksetzen. Als nächstes haben wir hier Sicherung. Da könnt ihr die Einstellung der Kamera eben sichern oder laden. Und da ist es aber wichtig zu wissen, dass wenn ihr, das steht hier unten auch in Rot, dass wenn ihr eine Backup-Datei aus einer älteren Firmware benutzt und die quasi einspielt auf eine Kamera mit neuer Firmware, dass das dann zu Problemen führen kann. Das heißt also, ihr solltet die Backup-Datei quasi nur da auf die Kamera einspielen, die auch dieselbe Firmware hat, wie wo ihr die Backup-Datei eben erstellt habt. Als nächstes haben wir hier Update. Das habt ihr ja bereits gesehen. Das habe ich ja vorhin durchgeführt. Hier sehe ich eben, ich habe die neueste Firmware installiert. Alles ist grün. Wenn ich jetzt eine neue Firmware installieren will, würde ich die hier eben wieder auswählen und bestätigen. Als nächstes gibt es dann hier noch Netzwerk. Da haben wir zuerst die IP-Konfiguration. Und zwar ist es momentan so, dass die Kamera ihre IP vom DHCP-Server bezieht. Das heißt aber, dass sich die IP ändern kann. Das nutze ich persönlich nie. Ich mache DHCP immer aus. Das mache ich jetzt auch und lege diese IP quasi dadurch fest. Das heißt, die bleibt hier fest und die ändert sich dann auch nicht mehr. Es sei denn, ich verändere sie. Als nächstes haben wir hier die Subnetzmaske von meinem Netzwerk und eben den Gateway-Port und so weiter. Das ist alles okay. Das speichere ich jetzt in dem Fall auch ab, weil ich die IP eben festsetzen will. Als nächstes haben wir hier noch DDNS. Das ist eben Dünndns. Da könnt ihr eben die Kamera quasi über eine Adresse erreichen, weil wenn ihr jetzt von extern auf die Kamera zugreifen wollt, dann könnt ihr euch nicht die IP merken, quasi die ihr vom Provider kriegt. Die wechseln nämlich jeden Tag. Das heißt, ihr könnt euch hier diese Dünndns merken. Und ihr seht hier schon, Insta steht das hier standardmäßig zur Verfügung. Und hier seht ihr auch, ihr könnt hier mit der Insta-App, die werde ich euch nachher noch zeigen, könnt hier diesen QR-Code einscannen, um euch da eben mit zu verbinden. Hier seht ihr unten aber noch Dritthersteller DDNS. Das heißt, ihr könnt auch eure eigene Dünndns nutzen. Das heißt, ihr müsst hier das nicht oben von Insta benutzen. Und wenn ich das aktiviere, habe ich hier verschiedene Hersteller, eben Dünndns und NoIP. Und da müsst ihr eben dann die Daten eingeben. Dann habt ihr eben die Dünndns von diesem Dienst. Also es gibt zwei Dienste, Dünndns und NoIP. Könnt ihr eben auch nutzen. Als nächstes habt ihr hier Peer-to-Peer-Verbindung. Da seht ihr hier die Peer-to-Peer-Benutzer-ID. Und ihr könnt ihr das Ganze auch wieder in der Insta-App einscannen. Als nächstes haben wir hier UPnP. Und der UPnP-Status ist hier deaktiviert. Das habe ich auch generell deaktiviert immer. Weil klar, es macht das Ganze vielleicht bequemer. Aber wie gesagt, ich bin ein Fan davon. Alle Sachen selbst einzustellen, fest einzustellen. Und dann funktioniert das auch so. Und dann weiß ich halt auch, was ich genau eingestellt habe. Als nächstes haben wir hier den Push-Dienst. Und den Push-Dienst, den kann ich hier aktivieren. Und kann dann auch wieder hier mit der Insta-App diesen QR-Code einscannen. Die QR-Codes sind sehr praktisch. Wie gesagt, da müsst ihr keine Daten abschreiben. Sondern ihr könnt quasi einfach mit den QR-Codes arbeiten. Als nächstes haben wir hier dann noch System. Da haben wir als erstes Info. Und das seht ihr eben Informationen über die Kamera. Hier haben wir die ID, Firmware-Version, Web-UE, Netzwerktyp, MAC-Adresse, den Status der SD-Karte, die R-LEDs und eben weitere Sachen. D-DNS-Status, UPNP und seit wann die Kamera eben läuft. Als nächstes haben wir hier Datum und Uhrzeit. Die ist hier richtig eingestellt. Schon ich habe da jetzt nichts eingestellt. Die hat sich von automatisch richtig eingestellt. Ich kann aber hier auch mit der Computerzeit synchronisieren aktivieren. In dem Fall habe ich aber den NTP-Server-Abgleich aktiviert, sodass die Kamera eben sich die Zeit automatisch selbst holt. Hier könnt ihr die Sommerzeit noch aktivieren oder deaktivieren. Und NTP ist eben ein Zeitserver, wo sich die Kamera die Zeit automatisch holt. Und ihr seht hier timewindows.com. Es gibt hier aber eben noch weitere zur Verfügung. Und ihr könnt auch einen benutzerdefinierten Server angeben. Dann habt ihr hier unten noch das Intervall, eben das Update-Intervall. Das ist auf einer Stunde. Das reicht mir eigentlich auch, weil bis die Zeit ein paar Sekunden vor danach geht, ist für mich nicht so wichtig. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar haben wir hier dann noch Benutzer. Hier habt ihr eben den Admin-User. Und da hatten wir auch das Kennwort. Da habe ich euch ja gesagt, das solltet ihr ändern. Und das mache ich jetzt direkt auch. Denn wie gesagt, wenn ihr das Kennwort nicht ändert, dann kann sich jemand einloggen, einfach nur, weil er den Standard-Account kennt. Dann habt ihr hier noch Benutzer-Accounts. Das heißt, ihr könnt hier einen Benutzer-Account aktivieren. Und ein Betrachter-Account. Dieser Betrachter-Account kann eben nur das Video betrachten. Und der Benutzer-Account hat eben noch andere Rechte. Das sind halt verschiedene Rechte, einfach verschiedene Benutzer. Welche Rechte genau der Benutzer-Account hat, das schreibe ich in den Testartikel. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das Ganze bestätige ich jetzt auch wieder, weil ich das Passwort geändert habe. Und jetzt seht ihr eben, die Kamera startet neu, da ich das Passwort geändert habe. Und jetzt muss ich mich gleich wieder einloggen. Und dann geht es eben weiter mit dem nächsten Menüpunkt. Die Kamera hat jetzt eben neu gestartet. Und ich logge mich jetzt mit meinem neu festgelegten Passwort hier ein. Und wir waren stehen geblieben bei Benutzer. Dann kommen wir jetzt zu Status-LED. Hier habt ihr die Status-LED. Das sind die Lichter vorne an der Kamera. Aber wem die zu stark herum blinken, der kann die hier eben ausschalten. Als nächstes haben wir hier die IR-LEDs. Und der Status ist automatisch. Das heißt, der Sensor erkennt die Helligkeit und schaltet automatisch um. Wie ihr im Hintergrund seht, hier im Zimmer ist es relativ dunkel. Er hat jetzt also die IR-LEDs genutzt. Wenn ich das deaktiviere, dann müsste er sie ausmachen. Das werden wir jetzt sehen. Seht ihr im Hintergrund, er hat die IR-LEDs deaktiviert. Und jetzt ist das Bild eben normal in Farbe. Ich mache den Status aber wieder an. Und ihr könnt hier natürlich auch einen Zeitplan für die IR-LEDs festlegen. Das heißt, wann sind die an und wann sind die aus. Das geht eben wieder mit Stunden und Minuten. Also alles recht flexibel. Als nächstes haben wir hier ONVIF. Und da könnt ihr eben das ONVIF-Protokoll aktivieren. Den Port festlegen. Und auch, ob die Autoidentifizierung ein- oder aus sein soll. Als nächstes haben wir hier PTZ. Das ist Pan-Till-Zoom. Die Kamera kann, wie gesagt, bewegt werden. Das habe ich euch aber ja schon gezeigt. Und hier könnt ihr eben festlegen, was passiert da. Kommen wir jetzt zum Menüpunkt PTZ. Und der erste Punkt heißt hier Just-Titch-Fahrt und Position. Das habe ich deaktiviert. Das ist standardmäßig aktiviert. Ich möchte euch nur zeigen, was dieser Menüpunkt eigentlich macht. Ihr seht hier unten links, seht ihr unter Cloud diese Pfeile. Und dieser Menüpunkt hier aktiviert Positionierung und Fahrten. Das aktiviere ich jetzt mal und speichere das Ganze. Die Kamera muss jetzt neu gestartet werden. Und dann seht ihr gleich, was dieses Menü eigentlich aktiviert bedeutet. Bzw. was da eigentlich auftaucht. Die Kamera hat jetzt neu gestartet. Und ihr seht jetzt hier links unter dem Menüpunkt Cloud sind eben diese vier Pfeile. Und jetzt habt ihr auf einmal neue Bereiche. Und zwar H-Scan, V-Scan, Smart Tour und Stop. Und diese Punkte mit H-Scan, also wenn ich H-Scan anklicke, dann tut er einen horizontalen Schwenk machen. Und bei V-Scan eben vertikal. Mit den Pfeiltasten könnt ihr hier generell alles steuern. Ich bewege jetzt mal die Kamera. Jetzt kann ich eben die Kamera steuern. Nach links und rechts. Nach oben und unten. Und H-Scan klicke ich jetzt auch mal an. Jetzt führt er hier komplett einen horizontalen Scan durch. Wie ihr seht. Schrittweise. Jetzt öffne ich wieder das PTZ-Menü. Diese Just-Hitch-Fahrt und Position haben wir ja bereits aktiviert. Da habt ihr gesehen. Da unten tauchen eben weitere Menüs auf. Position 1 nach Neustart heißt einfach, dass er wieder in die normale Position zurückkehrt, wenn die Kamera neu gestartet wird. Kein Alarm durch Steuerung. Ja, wir wollen nicht, dass die Kamera einen Alarm auslöst, wenn wir die Kamera bewegen. Als nächstes haben wir hier schrittweise Steuerung aktivieren. Wenn ich diese schrittweise Steuerung aktiviere, dann führt H- und V-Scan keinen kompletten Schwenk mehr durch, sondern die bewegen sich dann immer nur ein Stück und ich muss immer wieder draufklicken. Das brauche ich eigentlich nicht. Da habe ich die Pfeile auch für. Das lasse ich deaktiviert. Als nächstes kann ich die Geschwindigkeit verändern, in der sich die Kamera bewegt, wenn ich eben einen der vier Pfeile drücke. Da gibt es schnell, langsam und mittel. Schnell passt für mich. Das zeige ich euch aber gleich noch. Hier könnt ihr noch die Anzahl der V-Scan-Fahrten verändern, zwischen 1 und 50. Das heißt, wie oft führt ihr eben diesen kompletten Horizontalen und diesen kompletten Vertikalen Schwenk durch. Wie das aussieht, seht ihr aber gleich noch. Als nächstes gibt es hier ein Begrenzungsmenü anzeigen. Das ist hier links dieses Dropdown und da könnt ihr eben hingehen, das zeige ich jetzt kurz, und könnt sagen, Sätze oben, Sätze unten und dann sind beispielsweise diese zwei Pfeile hier komplett gesperrt. Ich kann also nichts mehr bewegen. Das heißt, ich kann es nur noch nach rechts bewegen und nach links bewegen. Das ermöglicht es eben hier diese Steuerung zu sperren. Das lösche ich jetzt aber wieder. Und dann gehen wir wieder zurück ins Menü. Als nächstes habt ihr hier noch Alarmpositionen aktivieren. Das heißt, die Alarmposition, welche Position nimmt ihr ein? 1 bis 8. Und Parkpositionen aktivieren gibt es auch wieder. Das heißt, wenn ihr die Steuerung nicht mehr benutzt, hier für 600 Sekunden den Wert könnt ihr ändern, dann könnt ihr auch wieder eine Position wählen, 1 bis 8. Diese Position könnt ihr festlegen und das zeige ich euch jetzt kurz. Hier unten habt ihr so einen Dropdown. Da gehe ich zuerst auf Positionen speichern. Und das kann ich erstmal auswählen. Also welche Position will ich eigentlich? Ich will hier rechts rüber. Dann klicke ich 1 an und dann speichert er die Position. Jetzt gehe ich auf Position anfahren, bewege die Kamera mal wieder zurück. Und wenn ich jetzt Position 1 anklicke, dann bewegt er die Kamera automatisch eben an diesen Positions 1 Wert, den ich jetzt gerade gespeichert habe. Wie gesagt, könnt ihr da bis zu 8 Positionen festlegen. Als nächstes zeige ich euch noch kurz den V-Scan. Der V-Scan führt einfach einen Schwenk durch. Klicke ich jetzt mal kurz an. Es führt einen Schwenk von unten nach oben durch. In dem Fall einmal. Das habe ich in den Settings ja festgelegt. Da kann ich eben einen Wert zwischen 1 und 50 wählen. Dann macht er das die ganze Zeit. Das gleiche geht natürlich auch horizontal und horizontal den Schwenk. Den zeige ich euch jetzt kurz. Das ist ein Schwenk von unten. Natürlich könnt ihr das auch jederzeit unterbrechen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf V-Scan klicke und dann hier auf Stopp, dann hört ihr eben sofort auf mit der Bewegung, die ihr gerade ausführt. Als nächstes schauen wir uns jetzt hier noch den Punkt Start Tour an. Der hat nämlich hier auch seinen eigenen Menüpunkt. Hier könnt ihr quasi einen Schwenkmodus festlegen, indem die Kamera eben auf diese einzelnen Positionen hinschwenkt. Quasi die patrouilliert dann im Endeffekt. Ihr seht hier wieder Position 1 bis 8. Dann könnt ihr die Tour aktivieren. Dann könnt ihr sagen, okay, er soll 5 Sekunden auf Position 1, dann auf 2, auf 3, auf 4. Und die Anzahl der Wiederholungen. Da sind aber auch Maximum 50. Das heißt, ihr könnt die Kamera quasi über einen Bereich patrouillieren lassen. Als nächstes haben wir dann noch hier das Relay. Wenn ich das Relay anklick, da kann ich das Relay öffnen oder das Relay schließen. Und das war eigentlich jetzt alles hier von der PTZ-Steuerung. Wie gesagt, PTZ steht hier für Pan, Tilt, Zoom. Also schwenken, neigen und drehen. Und die Kamera wird dabei eben über einen Motor gesteuert. Als letzten Menüpunkt haben wir dann noch hier das System-Logbuch. Und da seht ihr eben Aktionen, die auf der Kamera passiert sind. Hier habt ihr zum Beispiel, Bewegung wurde im Bild erfasst, in Betriegnahme. Admin hat sich angemeldet. Solche Dinge eben. Ein simples Logbuch. Kommen wir als nächstes zum Menüpunkt Multimedia. Und der erste Menüpunkt ist hier Audio. Hier könnt ihr Audio eben aktivieren oder deaktivieren. Außerdem könnt ihr die Lautstärke des Audio-Eingangs und des Audio-Ausgangs sowie des Mikrofons in der Kamera und des Lautsprechers in der Kamera eben verändern. Außerdem könnt ihr hier noch den Alarmton aktivieren oder deaktivieren. Als nächstes kommen wir zum Menüpunkt Video. Hier könnt ihr eben diverse Video-Einstellungen festlegen. Hier könnt ihr zum Beispiel den M-JPEG-Stream aktivieren oder deaktivieren. Und ihr seht, wenn ich den aktiviere, dann verändern sich die Einstellungen. Ich kann hier die Auflösung verändern, wenn ich den aktiviert habe. Und kann hier das H.264 Plugin wählen. Außerdem kann ich hier die Video-Darstellung des Streams verändern. Wenn ich hier den M-JPEG-Stream deaktiviere, dann habe ich hier mehrere Möglichkeiten. Hier habe ich drei Video-Kanäle. Die kann ich verändern. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, der erste Video-Kanal gibt mir die volle Auflösung. Der zweite gibt mir nur die halbe Auflösung mit weniger Frames. Die Frames könnt ihr ja auch verändern von 1 bis 25. Dann könnt ihr die Video-Bitrate verändern. Also ist klar, wenn ihr die ganz hoch macht, umso höher die ist, umso mehr Netzwerk-Traffic wird halt auch verursacht. Und Video-Encoding könnt ihr auf Variable oder Fixe-Bitrate stellen. Und die Bildqualität könnt ihr natürlich verändern. Hier zwischen 1 und 6. Natürlich auch, wenn ihr das auf 1 setzt, benötigt das natürlich wieder mehr Bandbreite. Da es sich um eine reine Netzwerkkamera handelt, ist mit der Bandbreite hier kein so großes Problem. Bei einer WLAN-Kamera ist es öfter so, dass es dann eventuell ruckelt, wenn die WLAN-Verbindung schlecht ist. Dieses Problem habe ich hier nicht. Das ist ein Gigabit-Netzwerk. Da ruckelt eigentlich nichts. Den Keyframe-Intervall könnt ihr ja auch noch verändern. Eben zwischen 2, 5, 10, 15, 20 und so weiter. Das seht ihr hier. Und das Plugin, das habe ich gerade schon gezeigt, das ist hier auch verfügbar. Genauso wie die Stream-Einstellung. Als nächstes schauen wir uns hier mal den Menüpunkt Bild an. Da öffnet sich hier rechts ein Menü und da könnt ihr eben die Bild-Einstellung verändern. Das heißt, ihr könnt hier die Helligkeit verändern des Bildes, zum Beispiel auf 6 oder auf 1. Ich setze das Ganze jetzt mal auf 1 und bestätige das. Das seht ihr im Hintergrund, das Bild wird dunkler. Ich lasse das auf 4. Dann könnt ihr die Sättigung verstellen. Dann mache ich mal auf 6. Dann seht ihr, okay, Sättigung hat sich verändert. Sättigung auf 0. Beziehungsweise das ändert jetzt hier gar nichts, weil es ist nicht farbig. Wenn ihr das Ganze farbig macht, dann ändert sich das wieder. Die Sättigung ist eben bei Farben. Den Kontrast könnt ihr noch verändern, zum Beispiel auf 0. Dann seht ihr auch, wird es dunkler. Wenn ich das Ganze hoch setze, wird das Bild eben vom Kontrast her wieder heller. Die Werte, die aber da gewählt waren, sind eigentlich ganz in Ordnung. Für die Belichtung könnt ihr das natürlich auch machen. Wenn ich die Belichtung auf 3 setze, dann wird es wieder dunkler. Und auf 0 wird es wieder heller. Die Bildschärfe könnt ihr hier auch beeinflussen. Die ist jetzt auf 4. Wenn ich das Ganze auf 0 setze, dann ändert sich jetzt hier nicht so viel. Das liegt vielleicht auch dann daran, dass es eine IR-Aufnahme ist. Also wie gesagt, die Schärfe könnt ihr auch verändern. Außerdem könnt ihr das Bild hier drehen. Das heißt, zack, auf dem Kopf steht das Ganze jetzt. Das ist nützlich, wenn ihr die Kamera quasi auf dem Kopf an die Decke montiert. Weil wie gesagt, das ist ja auch eine Montagemöglichkeit. Man kann sie normal an die Wand schrauben oder eben an die Decke. Dann ist das nützlich. Dann könnt ihr aber außerdem das Bild noch spiegeln. Das mache ich jetzt mal kurz. Jetzt ist das Bild gespiegelt. Und das hat auch wieder was mit der Montage zu tun. Je nachdem, wie ihr das Ganze montiert, wollt ihr das Ganze vielleicht auf den Kopf drehen und spiegeln. Dann hat die Kamera hier einen Zeitstempel im Bild. Den seht ihr da rechts oben. Den könnt ihr ausblenden und den Kameranamen könnt ihr auch ausblenden. Das heißt, wenn ich den ausblende, dann ist der Text hier oben dann einfach weg. Ich mache das Ganze jetzt wieder rein. Den Kameranamen, den könnt ihr aber auch selber festlegen. Das heißt, wenn ich hier jetzt nicht Insta 6012 stehen haben will, sondern Dach, dann schreibe ich hier Dach rein. Und dann steht hier links oben Dach. Das waren die Bildeinstellungen und jetzt schauen wir uns die Privatsphäre-Einstellungen an. In den Privatsphäre-Einstellungen könnt ihr Bereiche festlegen, die die Kamera nicht aufzeichnet. Sagen wir jetzt einfach mal, ich will hier rechts, dass Bereich 1 aktiv ist. Und ich will hier rechts nicht, dass jemand, der auf diesem Sofa sitzt, gefilmt wird. Das heißt, ich selektiere diesen Bereich und jetzt wird dieser Bereich nicht aufgenommen. Der wird jetzt ausgeschwärzt. Ihr seht jetzt hier das Live-Video und wie ihr sehen könnt, ist das Sofa geschwärzt, beziehungsweise der Bereich. Das ist eben der Sinn der Privatsphäre-Einstellungen. Das heißt, ihr könnt einfach Bereiche ausschwärzen und da sieht man dann eben nicht, was passiert. Als nächstes schauen wir uns den Menüpunkt Alarm an. Als erstes haben wir hier Bereiche und da könnt ihr eben Alarmbereiche festlegen. Das sind bis zu vier Stück. Ich habe jetzt momentan nur einen aktiviert und zwar alles. Ich lösche jetzt hier mal den Bereich. Das heißt, wenn ich jetzt den ersten Bereich nehme und ich sage, ich will hier oben einen Alarmbereich, dann ist hier ein Alarmbereich. Den zweiten, den könnte ich hier unten hinlegen. Und so könnt ihr da eben Alarmbereiche verteilen, wo der Bewegungssensor reagiert. Die Empfindlichkeit der einzelnen Bereiche könnt ihr auch festlegen. Das heißt, ihr habt hier so einen Regler, der geht von 100 bis 0. Je nachdem, wie empfindlich ihr den Alarm haben wollt, könnt ihr das hier eben auch festlegen. Ich resette das Ganze jetzt wieder und mache dann den Bereich hier auf alles, denn ich möchte den kompletten Bereich überwachen. Als nächstes habt ihr hier Aktionen. Da könnt ihr eben festlegen, was passiert, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Da gibt es zuerst mal, sende eine E-Mail, sende Video an die SD-Karte. Dazu müsst ihr natürlich eine SD-Karte in die Kamera eingelegt haben und formatieren. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber dann kann die Kamera das Ganze auch auf die SD-Karte speichern. Dann könnt ihr das Video an einen FTP-Server senden. Und dann könnt ihr das Video außerdem an einen Cloud-Server senden. Dazu kommen wir später aber noch zu diesen Einstellungen. Als nächstes könnt ihr noch einen Snapshot an die SD-Karte senden oder einen Snapshot an den FTP-Server. Als nächstes könnt ihr die Auflösung der sogenannten Snapshots, das sind eben Fotos, festlegen. Da haben wir eben wieder diese drei Auflösungen zur Verfügung. Und die Anzahl der Fotos in der E-Mail können wir hier festlegen. Das heißt, wie viele Fotos schickt er uns da? Das selbe gilt für die SD-Karte und für den FTP-Upload. Als nächstes könnt ihr hier noch den externen Ausgang aktivieren. Das ist eben dieser grünliche Block auf der Rückseite. Wenn ihr das Unboxing-Video gesehen habt, dann habt ihr eben diesen Ausgang auch schon gesehen. Den könnt ihr eben aktivieren und da könnt ihr eben festlegen, das Relay schließen in Sekunden. Diesen Wert könnt ihr festlegen und ihr könnt den Alarmeingang aktivieren. Und dann könnt ihr eben auswählen hier Stromkreis bei Alarm. Alarmgeber steht auf geschlossen, NO oder offen, NC. Das ist besonders interessant, wenn ihr da eben ein externes Gerät wie eine Alarmanlage anschließen wollt. Als nächstes könnt ihr aber auch hingehen und sagen, Alarmeingang und Bereiche koppeln. Diese Einstellungen sind Einstellungen, die ich so jetzt noch nicht getestet habe, weil ich besitze ja keine externe Alarmanlage. Aber im Testartikel zum Video findet ihr da noch Infos dazu. Als nächstes haben wir hier dann den Zeitplan. Und zwar ist es so, könnt ihr sagen, der Alarm soll immer aktiv sein, immer aktiv oder immer inaktiv. Nur zur Arbeitszeit, nur zur Nacht oder ihr könnt die Auswahl invertieren. Natürlich könnt ihr auch folgendes machen. Ihr könnt ihr das lernen und könnt ihr auch manuell einfach irgendwelche Zeiten festlegen. Das heißt, ihr könnt das einfach manuell festlegen. Wie gesagt, hier hat man eine hohe Flexibilität und kann eben festlegen, wann der Alarm aktiv sein soll und wann nicht. Als nächstes haben wir hier den SMTP-Server. Das ist eben der Server, den ihr braucht, um E-Mails zu verschicken. Das heißt, ihr müsst hier die Einstellung vornehmen und dann könnt ihr eben E-Mails verschicken. Weil wie gesagt, der muss ja auch wissen, wohin soll er die E-Mails schicken, an welches Konto und wie ist das Kennwort. Als nächstes gibt es dann hier noch E-Mail. Hier bei E-Mail könnt ihr eben einstellen, was ist der Absender, bzw. wer ist der Absender. Und hier könnt ihr bis zu zwei Empfänger hier definieren, den Betreff festsetzen und eben eine Nachricht. Als nächstes gibt es dann noch den FTP. Wie gesagt, könnt ihr Sachen ja auf einen FTP hochladen. Dazu müsst ihr eben einen FTP-Server haben. Und hier könnt ihr eben die ganzen Daten einstellen. Außerdem könnt ihr auch noch den Modus wählen, also auf PSV oder Port. Ihr könnt natürlich auch die Einstellung immer testen. Und gibt es einen Knopf, dann wisst ihr auch, ob ihr das richtig eingegeben habt. Als nächstes kommen wir dann zum Alarm-Server. Alarm-Server ist eine Funktion, die ihr zum Beispiel benutzen könnt, während ihr eine Home Automation Software am Laufen habt, die auf diese Geräte reagieren kann, wenn da etwas passiert. Das ist halt so, wenn jetzt ein Alarm ausgelöst wird, dann schickt die Kamera quasi hier an diesen Server, über diesen Port, an diesen Pfad, diese Control-Commands. Und dann kann das externe Programm darauf reagieren. Ich habe das mal getestet. Ich habe beispielsweise einfach ein PHP-Skript auf meinen Apache gelegt und habe dann eben hier die URL eingetragen. Und dann kann ich quasi mit dem PHP-Skript reagieren, wenn die Kamera einen Alarm feststellt. Als nächstes haben wir hier Audio-Alarm. Das bedeutet, dass der Alarm durch ein akustisches Signal aktiviert wird. Das heißt einfach, das Mikrofon reagiert eben, wenn es Geräusche gibt. Den könnt ihr hier aktivieren und da könnt ihr auch die Sensitivität hier einstellen. Das macht natürlich nur Sinn, wenn ihr einen Bereich überwacht, wo ihr genau wisst, da ist immer Stille. Ansonsten löst ihr hier dauernd einen Alarm aus. Und das ist je nachdem eben unpraktisch. Als nächstes haben wir hier die SD-Karte. Das ist die SD-Karte. Die ist noch nicht formatiert und deswegen konnte ich jetzt auch in einigen Settings diese noch nicht auswählen. Hier könnt ihr die formatieren. Das mache ich jetzt mal kurz. Und dann formatiert ihr die SD-Karte. Okay, es gibt einen unbekannten Fehler. Ich muss gerade mal kurz nachgucken, was ich da gemacht habe. Aber wie gesagt, ihr könnt hier die SD-Karte eigentlich formatieren. Okay, da gab es ja gerade einen kleinen Fehler. Ich habe die Karte jetzt nochmal rausgenommen und wieder rein. Wenn ich das Ganze jetzt anklicke, kann ich hier auf Bestätigen klicken. Und dann formatiert ihr die auch. Und dieses Mal gibt es hier auch keinen Fehler. Schauen wir uns als nächstes hier das Menü Aufnahme an. Da haben wir zuerst Zeitplan. Hier oben kann ich zuerst einmal wählen Zeitplan für Fotoserie. Und dann gehe ich hier hin und sage Arbeitszeit und speichere das Ganze. Als nächstes kann ich dann hingehen und sagen den Zeitplan für die Videoaufnahme. Und der ist eben immer aktiv. Und so habe ich dann eben zwei verschiedene Zeitpläne. Einmal für Fotoserie, einmal für die Videoaufnahme. Als nächstes haben wir hier noch den Menüpunkt Video. Und da habt ihr eben Videos per Zeitplan auf die SD-Karte aktivieren. Das heißt, er kann die Videos auf die SD-Karte speichern. Da kann ich hier die Auflösung wieder festlegen. Die Länge des Videos in Sekunden. Maximum ist hier 900. Und die Zeitdauer der manuellen Aufnahme auf die SD in Minuten. Wenn ihr es leerlasst, steht es hier drunter. Dann gibt es keine zeitliche Begrenzung. Als nächstes haben wir hier die Fotoserie. Und bei der Fotoserie kann ich auch wieder auswählen. Auf die SD-Karte dann den Zeitintervall. Oder Fotoserie per E-Mail auch den Zeitintervall. Dann Fotoserie per FTP. Die Bilddatei mit Zeitstempel oder ohne. Und einen festen Bildnamen für die Bildserie kann ich hier vergeben. Oder ich lasse das eben hier aufs Datum. Ich habe das jetzt aufs Datum gelassen. Macht meiner Meinung nach mehr Sinn. Und da kann ich auch wieder einen Zeitintervall in Sekunden festlegen. Als letzten Menüpunkt haben wir hier noch Cloud. Und zwar ist es so. Insta, wie mir aufgefallen ist, liefert immer Software-Updates nach. Auch für Kameras, die schon ein bisschen älter sind. Ich meine, die Kamera habe ich jetzt schon relativ lange. So auch die anderen. Und es gibt immer noch Updates dafür. Und diese Kamera konnte vorher definitiv kein Cloud. Jetzt kann sie es aber. Als erstes haben wir hier eine Einführung. Da seht ihr jetzt, okay, Cloud. Professioneller Cloud-Dienst für ihre Insta-Kamera. Und da seht ihr eben, was hier angeboten wird. Da könnt ihr das Ganze eben auf die Cloud speichern. Und da könnt ihr euch eben über das Ganze informieren. Das ist halt besonders interessant für Leute, die jetzt eben das Ganze in die Cloud, wie gesagt, speichern wollen und nicht lokal auf ihren eigenen Server. Als nächstes gibt es hier den Cloud-Login. Das ist hier Clouded Insta. Das ist quasi die Insta-Cloud. Das mache ich jetzt wieder zu. Und als letztes haben wir hier dann die Einstellung. Da könnt ihr eben den Cloud-Transfer aktivieren. Cloud innerhalb der Web-UI laden. Cloud-Kamera-ID. Cloud-Passwort. Wie gesagt, das ist hier die Insta-Cloud. Und da könnt ihr eben eure Videos und Fotos in die Cloud hochladen, wenn ihr das wollt. Weitere Infos gibt es eben, wie gesagt, hier auf der Insta-Webseite. Und das war es jetzt hier eigentlich schon vom Menü. Und jetzt geht es weiter. Wie ihr jetzt gut sehen könnt, hat sich das Menü hier oben verändert, weil die SD-Karte formatiert und quasi aktiviert ist. Und zwar kann ich hier erstmal ein Snapshot auf die SD-Karte speichern. Und außerdem kann ich hier die Aufnahme, quasi die Aufnahme ist auf SD. Das heißt, ich kann die SD-Karte auch aufrufen. Das hier ist die SD-Karte. Da kann ich eben reingucken. Und da sehe ich zum Beispiel die Aufnahme, die ich jetzt gerade eben gemacht habe. Also den Snapshot. Dieses Menü hat hier außerdem noch eine Hilfe. Wenn ihr die Hilfe anklickt, dann kommt ihr auf die Insta-Seite. Und hier ganz zum Ende haben wir noch die Alarmbereiche. Die können wir hier auch deaktivieren. Und das war es jetzt hier eigentlich schon von dem Interface. Und jetzt möchte ich das Ganze nochmal im Internet Explorer laden, um euch zu zeigen, wie das Ganze da aussieht. Hier sehen wir das Interface jetzt im Internet Explorer. Ihr seht, MJPEG funktioniert hier auch. Allerdings wechsle ich jetzt mal hier auf H.264. Und jetzt beschwert er sich eben über das ActiveX. Und das installiere ich jetzt aber mal. Ich klicke das Ganze hier an und sage ihm dann OK. Ausführen. Jetzt fülle ich hier die Sicherheitsüberprüfung aus und frage mich dann hier ab. Ja, ich will das zulassen. Und dann installiere ich dieses Plugin. Und dann ist das Ganze installiert. Wenn ich jetzt die Oberfläche neu lade, dann sollte er eigentlich das Ganze laden. Genau, jetzt sagt er mir OK hier unten. Diese Webseite möchte das ausführen. Zulassen. Zulassen. OK. Jetzt seht ihr eben, wie das ActiveX-Plugin aussieht. So sieht das Ganze im Internet Explorer aus. Und neu geladen. Live Video an. OK. Aus irgendeinem Grund funktioniert das jetzt nicht. Ich habe kein Videobild. Jetzt muss ich dann noch überprüfen. Ah, OK. Direct3D. DirectDraw. Neuladen. DirectDraw. Also rechtsklick rein. Und das geht. Direct3D geht aus irgendeinem Grund nicht. Jetzt habe ich das Ganze hier im Internet Explorer geöffnet. Und das ActiveX-Plugin ist installiert. Wie ihr seht, MJPEF funktioniert hier auch. Und ich wechsle jetzt mal auf H264. Gut, da hat er jetzt direkt irgendwie abgestellt. Das ist der Internet Explorer. Der ist immer richtig gut, wenn es solche Sachen wie Abstürze oder angeht. Da ist er immer ganz gut vor allem dabei. Jetzt lade ich das Ganze neu. OK. Jetzt funktioniert das. H264. Und ihr seht, das Menü hat sich verändert. Ich habe hier Snapshot. Ich habe hier Player. Player war vorher nicht da. Und ich kann hier die Aufnahme auf den PC oder die SD-Karte legen. Hier unten habt ihr außerdem ein paar Menü-Elemente. Ihr habt hier Minus und Plus. Das heißt, ihr könnt hier mit Plus reinzoomen, Minus rauszoomen. Das geht allerdings auch in Chrome, indem man einfach die ganze Seite zoomt. Als nächstes haben wir hier noch so einen Settings-Knopf. Und hier könnt ihr auswählen, wohin ihr die Sachen speichern soll. Da empfehle ich euch auf keinen Fall Laufwerk C. Denn auf Laufwerk C werden Aufnahmen ganz oft geblockt. Das ist eine häufige Fehlerquelle, dass die Leute sich dann beschweren, dass sie die Sachen nicht abspeichern können. Also wählt alles, nur nicht Laufwerk C. Dann soll das funktionieren. Okay. Dieser Knopf hier sollte eine Aufnahme starten. Direkt auf die SD-Karte. Und ich habe jetzt hier keine Rückmeldung gekriegt, aber das sollte eigentlich funktionieren. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, die zeige ich euch gleich. Was ihr auch machen könnt, ist im In-Explorer, ihr seht hier, wenn ich die Maus da bewege, dann tun wir solche Pfeile auf, poppen. Dann könnt ihr die Kamera nach links und rechts bewegen. Theoretisch, wenn der In-Explorer hier mal wieder nicht irgendwas falsch machen würde. Egal. Als nächstes haben wir hier unten diesen Mikrofonknopf. Den kann man an- und ausmachen. Da könnt ihr das Mikrofon eben deaktivieren oder aktivieren. Das gleiche gilt hier rechts für das Lautsprechersymbol. Als nächstes haben wir hier oben eben noch den Aufnahmebereich. Da steht PC und SD. Ihr könnt hier eben im H.264 Modus einmal auf den PC aufnehmen oder die SD-Karte. Ich klicke jetzt mal PC an. Das heißt, er fängt jetzt an, ein Video aufzuzeichnen. Und zwar in den Ordner, den ich hier unten eben angegeben habe. Hier steht jetzt auch Rack for Record in rot. Wenn ich das Ganze erneut anklicke, dann hört er mit der Aufnahme eben auf. Wenn ich jetzt hier den Player anklicke, dann will er eben einen externen Player öffnen. Das mache ich jetzt mal. Jetzt hat er hier den High-Player geöffnet. Da könnt ihr eben ein Laufwerk auswählen. Und dort könnt ihr dann eben die Videos abspielen, die ihr aufgenommen habt. Wie gesagt, der Player ist nett. Und ihr könnt die Videos aber natürlich auch in einem normalen Player wie dem VLC, dem Media-Player oder anderen Video-Playern öffnen. Es gab hier einige kleine Probleme mit dem Innenexplorer. Wie gesagt, ich bin persönlich absolut kein Fan vom Innenexplorer. Aber es gibt einige Vorteile hier, wie ihr gesehen habt. So ein paar Einstellungen und unter anderem glaube ich auch den Sound. Also wenn ihr über das Mikrofon sprechen wollt, dann braucht ihr auch den Innenexplorer. Weil ihr über den Chrome, soweit ich weiß, keinen Zugriff auf das Mikrofon habt. Aber wie gesagt, wenn man die Funktion eben haben will, muss man eben mit dem Innenexplorer leben. Wie gesagt, wer unter Linux ist, kann sich das Ganze in eine VM installieren. Wer unter Windows ist, hat den Innenexplorer sowieso auf dem Rechner. Wenn ihr in den Video-Einstellungen beim Kanal hier das Plugin verändert, dann könnt ihr hier wählen Flash, ActiveX oder QuickTime. Wenn ihr da das Windows-Plugin nehmt, also ActiveX, das habt ihr gerade gesehen. Wenn ich jetzt hier Flash nehme, das mache ich jetzt mal kurz, dann ändert sich hier wieder die Darstellung. Und ihr seht jetzt, ich habe hier so einen Knopf Play-Pause und kann hier eben die Lautstärke verändern und kann das Ganze auch Vollbild machen. Das ist eben der Flash-Modus. Wie gesagt, da habt ihr eben die Wahl zwischen QuickTime, Flash oder diesem ActiveX-Interface. Wie gesagt, manche Funktionen, die es in ActiveX gibt, die gibt es eben hier nicht. Das ist eben vom Plugin dann abhängig. �, die gibt es in der Videobfalt, Da ist es eben das, wenn ich in der Videobfalt ansprete. Das ist eben auch ein Knopf, wo ich in der Videobfalt,